Trotz der Auseinandersetzungen um das Papsttum gab es in Italien politische Erfolge. Nach der Unterwerfung Mailand 1162 wurden die Reliquien der Heiligen Drei Könige von Erzbischof Reinald von Dassel nach Köln gebracht. 1167 zog Friedrich I. Siegreich in Rom ein. Papst Alexander III. musste als Pilger verkleidet fliehen. Allerdings brach ihm her die Malaria aus, Dassel starb. An einen Weiterzug nach Söden war nicht mehr zu denken, in Oberitalien brach ein Aufstand los. Der Lombardische Bund unter Führung Mailands wurde gegründet. Eine gemeinsame Festung mit dem Namen Alessandria errichtet, benannt nach dem Papst. Die Lage für den Kaiser wurde immer schlechter. Auch ein Rückweg über Burgund war nun verschlossen. Mit 30 Grittern und Geiseln versuchte er nach Norden zu kommen. Auch in den folgenden Jahren blieb Italien schwierig für Barbarossa. Schlussendlich gelang es dem Kaiser aber, Venedig von den aufständischen Städten zu isolieren. In Mittelitalien war er erfolgreicher. Allerdings benötigte er immer mehr Nachschub aus Deutschland. Im Mai 1176 unterlag Barbarossa Mailand. Es war eine vernichtende Niederlage. Der Kaiser musste sich einige Tage versteckt halten und es hieß, er sei tot. Als er im Bavir auftauchte, hatte die Kaiserin bereits Trauerkleidung angelegt. In Anjani erfolgte ein halbes Jahr später eine Einigung. Nicht aber mit dem Lombardenbund, sondern mit dem Papst. Friedrich I. machte Zugeständnisse. Er gab den Gegenpapst auf und verzichtete auf Besitz und Rechte. Nach diesem Vorvertrag kam es 1177 in Venedig zum eigentlichen Friedensschluss. Dieses Mal gab es Fuß, Kuss, Strator und Marschalldienst ohne Widerrede. 1183 konnte Friedrich sich mit den oberitalienischen Städten einigen. Sie erhielten die Regalien und ihre Verfassungen wurden anerkannt. Aus dem Lombardenbund wurde nun sogar ein Verbündeter.